Yo, seid mir gegrüßt meine Freunde, willkommen zurück zu Minecraft I Will Survive. Ja und wir sind ganz richtig wieder mal am Stronghold, aber dafür sind wir heute nicht hier, sondern wir wollen noch etwas tiefer da runter gehen in die Ancient City. Da müssen wir unseren Weg, wie wir hier reingekommen sind, wieder hoch, wieder runter soll dann gehen. Hier war die Truhe, noch mal runter. Und ja, hier wisst ihr ja, haben wir uns hier runtergebuddelt und ich habe hier, wie gesagt, vom Boden ein bisschen Wasser hergeleitet. Oh, wie viele Steine. Ach ne, da habe ich auf sich gemacht, damit das Wasser hier nicht so wegfließt. Und ja, ich habe mich hier ein bisschen durchgegraben. Ja, ein bisschen zu weit, weil ich ein Feld daneben war. Ich habe auf 24, aber eigentlich sind auf 21. Ja, ist egal. Und hier ist halt der Strahl, der uns halt, der mich halt in die Stadt hier runtergebrannt hat und mein erster Versuch, die Festung zu finden. Ja und ich habe die Stadt hoffentlich befriedet. Also heißt, dass hier keine Monster mehr, keine Heuler und keine, keine Sensoren mehr sein sollten. Ja gut, ein paar Sensoren werden noch irgendwo sein, aber die dürften harmlos sein. Ja und hier habe ich mein Lager so ein bisschen aufgeschlagen. Ich habe jetzt, wie ihr schon gesehen habt, meine Rüstung ja wieder angezogen. Ich habe alles ausgezogen und alles, was wichtig war, hier abgelegt. Hier in meine Kiste, ja. Um halt nicht, kann ich mich, ach, ich habe vergessen Fackeln zu machen. Scheiße. Na egal, geht auch so. Aber warte mal, ne, vielleicht nehme ich sicherheitshalber auch noch die Hacke mit. Wie gesagt, es dürfte jetzt nichts weiter passieren. Kiste, ja, ich nehme mal noch eine Kiste mit. Ja, hier, das war eine der Kisten. Hier ist zum Beispiel ein Rückstoß-Zauberbuch drin. Das werde ich mitnehmen. Ja, hier ist noch ein Trank. Ja, Trank kann man ja auch mitnehmen. Warte mal, dann werden wir mal die Kiste gleich aufstellen. Und ich habe, wie gesagt, alle, das war nicht einfach. Das war echt nicht einfach, alle Heuler, also die den Worten rufen und alle Dinger zu beseitigen. Da bin, war ganz gut. Es hat ganz gut funktioniert. Ich habe immer, okay, hier haben wir vier Bücher und noch mehr Regenerationstränke. Guck mal, dass die Kiste nicht gleich voll ist. Ja, ich denke mal, die Bücher mache ich, die lasse ich so auf der Hand. Und dann habe ich halt immer so gemacht, dass ich möglichst vorsichtig vorgegangen bin, wenn nötig, wenn nötig auf Volle. Ja, irgendwo hier hatte ich am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das hatte ich mir so ein, das ist nur ein, komm, Dings hier. Irgendwo hat ich mir so einen Weg hier reingegangen. Als ich das erste Mal hier runtergekommen bin, waren hier, waren hier auch überall Heulern irgendwo, oder waren sogar hier unten, habe ich versucht, mir einen Weg reinzubauen und so weiter, um vor dem Boden zu flüchten, aber da hat alles nicht geklappt. Ja, ich habe mir drei Hacken gemacht. Einen hat es nur überlebt. Aber das ist auch nicht so wichtig. Und ich habe jetzt noch, außer die zwei Kisten, habe ich noch keine Kiste angefasst, weil ich weiß nicht, was da drin ist. Oder gehen wir erstmal, oder gehen wir erstmal dahin, da drüben ist auch noch eh, ne. Und hier gibt es halt alles hier bei dem, wo ich da runtergekommen bin, da war oben schon eine Geode und da ist noch eine Geode. Und da ist tatsächlich auch noch irgendeine Miene, komm ich jetzt hier wieder nicht hoch. Ich bin doch da irgendwie hochgekommen, warte mal. Achso, ich bin schon dran vorbei. Oder nee, ja. Warte mal, da ist noch weiter da hinten da. Guck mal, da sind die eigentlich hin, genau. Und eine Miene ist ja auch noch mit drin gespawnt und der Stronghold ist direkt darüber. Ja, okay, hier ist eine Kiste. Ja, vor allem, wie das ist, dann ist man sicher, da hört einen, wird man nicht gehört. Oh, zwei goldene Äpfel, schön. Was ist das? Schallbrocken im Moment, das ist auch sehr wichtig. Achso, das ist ein Teppich, wa. Okay, das da drin, den Apfel. Okay, eins von neun nötigen, sehr schön. Äh, ja, dann gehen wir einfach in die Richtung. Ui, das war jetzt nicht so weise, aber ist egal. Wenn ihr seht, ich hab hier überall Wolle und so weiter, die ich ja überall gesetzt habe. Und da hab ich, wenn möglich, versucht, die Schrieke, äh, die Dinger, wenn mehrere halt waren, einzubauen, also die Jäuler, ne, die, die den Worten rufen, dann einzubauen, war nicht immer überall einfach. Hier ist, warte mal, ähm, gold, können wir auch mal mitnehmen. Aber ich hätte noch Licht mitnehmen, so weit ist noch ziemlich dunkel überall. Ähm, hier, ich glaub, ja, da oben sind Fackeln, haben wir da so ein bisschen mit Fackeln markiert. Aber es ist trotzdem immer noch sehr, sehr dunkel. Tut mir leid, wenn ihr jetzt nicht viel seht. Äh, ich hab leider vergessen Fackeln zu machen, da hätte ich noch ein paar mehr setzen können. Genau, hier war, ah doch, ja, hier ist auch eins mit zwei Truhen und auch ganz wichtig, weiß gar nicht, muss man die mit Wutsamkeit abbauen? Na, ich glaub eigentlich nicht. Das Glettkopf, scheißegal, die brauchen wir schon mal nicht. Aber hier sind zwei weitere Fragmente. Ja, die Glühbeeren, da brauch ich eigentlich auch nicht. Das haben wir normale Bücher, die nehmen wir mit. Ja, Kerzen muss ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen, da kann ich mir machen, so viel ich will. Und die Hose? Schussiger Dornen, ne, brauchen wir nicht. Flinke Schleichung 1, das ist nicht schlecht, sehr schön. Zweite Truhe. Ah, auch sehr wichtig, ein Echosplitter. Knochen, ja, weiß ich nicht, brauchen wir jetzt nicht. Den nehmen wir mit. Ach so, hier kann auch rausgehen, okay. Hier ist auch noch mal Gold. Hier ist auch noch so dunkel, ne. Ja, tut mir leid, wenn es jetzt hier für euch sehr dunkel alles aussieht. Äh, aber das kann ich leider nicht ändern, ne. Es gibt, ja, ich weiß, es gibt, na ja, aber kann man so, gibt es so Möglichkeiten, dass man einen Teller erscheinen lassen kann, mit Kameraeinstellungen, etc., aber ich weiß nicht, ob es hier auf der Knochen, wird es vielleicht auch irgendwann geben, weil es gibt ja jetzt Mods, ne. Also, die heißen hier anders, aber... Mann, hier ist ja viel Gold, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, hier ist auch ein Schropfsteckerhüll ist auch noch hier drin. Und hier haben wir, schon wieder trinken, das ist Kohle. Ah Kohle ist gut, da können wir ein paar Fackeln machen. Ja Sensoren brauchen wir nicht. Seelenfackeln. Oh und eine Schaltende. Eine Katze, natürlich. Haben wir auch noch gar nicht. Und hier haben wir Flinkes Schleichen 1. Also wir können schon einmal Flinkes Schleichen 3 machen. Das ist schon mal gut. Ich habe jetzt kein Holz mitgenommen. Die Kiste wird bald voll. Vielleicht sollte ich doch nicht alle Zaubertränke mitnehmen. Naja egal. Die Bücher. Vier Stück haben wir schon von neun nötigen. Und hier habe ich glaube zwei habe ich auch schon noch. Oder drei. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nicht das Holz mitgenommen. Das Glöckchen brauchen wir natürlich auch. Ja muss ich im Grunde eigentlich nicht wirklich mitnehmen. Aber wir können die Spitzhacken ein bisschen heilen, die wir hier ein bisschen Zeug abbauen. Derweil sollte ich nochmal zurückgehen und nochmal. Gehe ich jetzt zu. Ich gucke mal nicht hoch. Äh hallo. Ja hier ist, das ist hier so eine Art, ja Straße oder so, die halt dahin geht zum, zur Haupt, äh, Dings, zu diesem Tor oder auch immer das sein soll. Aber hier ist halt mittendrin halt aus irgendwelchen Gründen noch so eine Säule aus, aus Dingens hier, wie heißt das, aus Tiefenschiefer. So hier ist noch was, glaube ich. Oder auch, ne hier ist nur, ne hier ist nichts weiter, ok. Ja hier gibt es halt gelegentlich diese Häuser, ja die aus Wolle und mit so einem Feuer, Lagerfeuer drin dabei sind. Und hier, ne ist auch nichts. Ja ja, tut mir sehr leid, dass jetzt so dunkel alles ist, aber... Ach, Magma-Block ist das, ok. Ja hier sind so eine Monumente. Was ist denn das hier jetzt, ähm... Ja hier ist, war eine Miene, war das eine Miene auch noch drin? Ja hier ist auch ein Weg gebaut, ich weiß gar nicht, war hier. Ja hier ist ja so eine Art Monument oder sowas ist das. Ähm, mag ich gar nicht... Es ist doch noch dunkler als ich dachte, ich hab eigentlich gesagt, ich hab das alles schon relativ gut ausgeleuchtet, aber... Ah, hier ist noch eine Truhe. Ok, wieder Bücher. Oh, zwei weitere Splitter, sehr schön. Oh, ne Hacke. Oh, das sind da alles drauf. Haltbarkeit, Glück, Effizienz, Reparatur, sehr schön. Kompass. Ja, die Splitter brauche ich jetzt nicht. Aber den Apfel nehmen wir natürlich mit. Na, wo Dornen? Die könnte man auch beinahe mitnehmen. Ach komm, ich nehm jetzt die Tränke nicht mehr, ich hab jetzt genug Tränke. Überall ist Lava, ist hier auch relativ viel. Ja, wie gesagt, ich hab den Worten durchaus einige Male gerufen, ja. Aber wie gesagt, er hat mich nicht... Oh, ja, natürlich. Aber ich muss ja irgendwo Wasser sein da. Aber er hat mich nicht jedes Mal getötet. Manchmal konnte ich ihm entkommen oder... Oder so. Aber es war schon, ja... Und wieder einige dieser Heuler, die den rufen, waren auch richtig, richtig mies versteckt. Also so richtig. Okay, hier war noch eine. Also... Warum ist hier so viele Bücher? Noch eine Splitter, oder was... zwei Splitter? Hallo Okay, dann haben wir fast genug Splitter Eisen muss ich auch noch nicht Jakobas Nametag Ne, wo ging es denn hier raus? Hier oben, hier oben, hier oben Ja, wie gesagt, hier ist es Alles sehr Nochmal hier, ja hier auch noch was Kohle Zauberbuch Nochmal flinke Schleichen ein, sehr schön Eisentlich Erfahrungsfläschchen Kann man, die kann man nicht stapeln, richtig? Doch, die kann man stapeln Und noch ein Kompass Na gut, die Truhe ist, außer Der Kompass Ist die jetzt nicht so besonders Aber ihr wisst, warum wir eigentlich hier sind Aber ihr wisst, warum wir eigentlich hier sind Wir haben jetzt schon fünf Also im besten Fall noch einen Wir haben schon mindestens einmal schleichen Das ist schon mal sehr schön Die kommt auch darin Ne, die trinkt die Truhe ist bald folgend Muss wahrscheinlich noch eine holen, wa? Naja, egal Ja, wie gesagt, es war schon nicht einfach hier alles zu machen Ja, das hier sind irgendwie so, keine Ahnung, wie Altäre oder so Die haben also auch so ein bisschen dieses Auge, wie das große Ja, hier ist es eine größere Ah, scheiße, jetzt habe ich das Gold abgebaut Eine größere Tropfsteingeschichte Hier habe ich tatsächlich den ersten Worn aus Versehen gerufen, hier hinten Glaube ich Ja, hier war das Weil hier war so ein Dings hier unten Und der hat den gerufen Da konnte ich noch abhauen Da war ein Kegeltruhen da oben Der Erste, der mich getötet hat, der war hier in der Nähe Wo hier hinten Da waren ganz viele, ich glaube hier irgendwo Hier war das ja Hier waren ganz, ganz viele So eine Skulk-Sensoren Und hier oben war einer drauf Ich habe erst nicht gesehen Also ein Heuler, der den ruft Und da drin waren auch noch welche Und der hat mich dann das erste Mal gekillt Oh, Kohle Noch eine Schallplatte Wieder die Katze Und Fernerüstung, echt jetzt Diamantfernerüstung Nee, kommt Die holen ich vielleicht mal irgendwelchen Bock Aber die nehme ich jetzt nicht mit Und dafür war der so schwer bewacht Ich glaube hier müsste es irgendwo hochgehen oder nicht War hier nicht irgendwo Nee Wenn ich jetzt wieder so eine Ruine Doch, da ist doch eine Hier, da Hier gibt es aber diese Aufgänge, diese Leitern Aber da ist halt nichts Hier ist halt bloß so eine Endende Also bis jetzt habe ich leider noch nicht gefunden, was ich wollte Hier ist mal wieder Lava Und da hinten, da ist aber noch eine große Hier können wir wieder runter Ja, hier war auch, hier bin ich auch Hier hinten bin ich auch einmal gestorben Zwei mal glaube ich sogar Oder einmal Weil hier oben war auch einer versteckt Und da war einer Ich glaube hier waren sogar zwei Hier waren zwei glaube ich Und da hinten Irgendwo war auch nochmal einer Das war auch ganz mies Ja, hier müssen wir hier hinten lang gehen Mal gucken, was hier schönes ist Hier waren auch zwei Truhen Und zwei Räume, glaube ich, mit zwei Truhen jeweils Okay, hier haben wir Knochen Oh Die Schallplatten Sehr schön Oh, und Splitter Okay, wir haben definitiv genug Splitter Und Nochmal Erfahrungsfläschchen Na gut Und wir haben sieben Wir brauchen noch zwei Dinger Dann haben wir die Schallplatte Das ist sehr schön Gut Aber Was ich eigentlich will Haben wir bis jetzt noch nicht gefunden Kohle Warum kriegt man hier so viel Kohle Nochmal schnell Kann ich schnell laden Na gut Oh, irgendwie ohne Toll Also ich weiß nicht, ob wir da überhaupt noch finden werden Was versuchen Aber wir geben die Hoffnung natürlich noch nicht auf Aber ich will ja mal gucken, wo wir jetzt sind Ich glaube, das ist jetzt die andere Seite Ne? Ja genau Das ist jetzt die andere Seite Aber hier hinten war ich hier überhaupt schon Hier sieht es auch noch so verdächtig dunkel aus Aber eigentlich war ich schon so ziemlich überall Also Ja, okay Ja, ich will jetzt wieder ruhig bringen Ah ja, okay Dann Doch, da ist auch noch eine Truhe Wie will ich da hinbekommen Muss ich mal kurz hochbauen Ja, das sind hier so eine Türme Die hier auch nicht so besonders Generiert sind Das ist der einzige, glaube ich Okay Ach, hier ist auch nicht drin, was ich suche Zwei Schallplatten Toll Und alles, welche, die ich schon habe Das ist wieder die Kante Oh Oh Ich glaube, die haben wir noch nicht Die ist wichtig Knochen Amethystsplitter Das ist schon so, wie ich befürchte habe Ich werde wahrscheinlich noch eine zweite Stadt Hier war auch, wenn ich glaube ich Oh, hier sind noch welche Hier bin ich auch einmal gestorben Hier habe ich aber auch Da oben Oh, ne Ich glaube hier nicht Hier kann ich so Hier habe ich auch noch welche Ich weiß nicht, ob ich da rauskomme jetzt So, noch weiter Oder mal hier Oh, ich sehe nichts Ach komm, wir lassen das So, da hinten Da haben wir Diamanten Oh, da war noch einer Aber ich glaube, das war bei dem anderen Ding da hinten Ach so, das wollte ich eigentlich nicht Also wirklich nur ein Einzelner Ah, ne, hier Hier ist noch einer Okay Dann gehen wir gleich noch mal hin Das stimmt aber noch In Diamant Äh 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 Dann gehen wir gleich noch mal hin Warte mal auch Ich schlafe die Hände schon ein Aber wie gesagt Ja, ich habe es relativ gut geschafft Ja, wie gesagt Hat mich zwei von den Guten Spitzhacken gekostet Und Äh Ja Ein Schwert Gut, ich hatte am Anfang Mein Schwert noch dabei Hätte ich vielleicht nicht machen sollen Ich glaube hier, oder? Ja, hier Oh, ich habe es noch mehr Oh, ich habe es noch mehr Okay, wir haben jetzt die vier Diamantblöcke Sehr schön Oh, hier ist noch Gold Gut Gut Ja Ja Wenn wir Pecher finden, dann ist man nicht mal eine Einen von beiden Die haben wir kontrolliert Na ja Das ist natürlich dann besonders bitter Wenn wir nicht mal einen von beiden Templates finden Ich hatte ja gehofft, dass wenigstens eins auf jeden Fall zu finden sein wird Ja genau, da war der Die eine Stelle, wo Da oben war keine Truhe Da war irgendwie auch hoch Oder da war leider keine Truhe Genau Aber da sind diese Türme dann normalerweise auch immer Truhen Aber hier ist halt keiner Okay, hier ist noch eine Truhe Hier ist noch mal eine Ja, Flug des Verschwindens Okay, wir haben die Schallplatte Wenigstens das haben wir Ja, Knochen, gut Bücher, ja toll Das ist mal wieder richtig geil Ich hatte gehofft, dass ich wenigstens eins finde Wenigstens eins Von beiden habe ich ja schon Habe ich ja nicht mal zu träumen gewagt Aber Aber hier war es an Ja, hier Aber da man nicht mal eine bekommt Das ist jetzt schon ein bisschen billig Also Ja genau Wir sind jetzt eigentlich rum Hier ist wieder die Geode Hier ist noch Nee Wir haben nicht mal eine Schuss sicher Schnellladen Treue Auch nur Müll Sattel Bücher Nochmal eine Diamantpferderüstung Eine Hose Mit der Flut der Bindung Kannst du behalten Haltbarkeit Effizienz Naja Wir haben nicht mal Wir haben nicht mal eins Von zwei Von zwei Gar nicht zu Träumen Oh oh Na toll Oh Mann Ich bin noch hier an An der scheiß Lava gestorben Wir haben Naja Naja Gut Was soll man machen Freunde Ihr könnt auch nicht ändern Hier Hier ist noch einer Hier ist noch einer Hier ist auch keine drin Hier ist noch eine Schaltplatte Die wir schon haben Toll Wir haben nicht mal eine Von beiden gar nicht Ganz zu schweigen Toll Richtig geil Ja da waren wir ja schon Ja hier ist nix Beide noch an der scheiß Lava verweckt Hier Das hat mir noch gefehlt Hier So Ja ich glaube wir waren jetzt überall Waren wir hier schon Ah ne hier waren wir noch nicht Aber hier ist auch nicht Ach komm schon Warum sind überall nur Bücher Ey Hier ist noch mal eine Hacke Mit Nix Besonderem Ach das ist ja toll Ey Nur Bücher Ey Überall nur Bücher Das ist ja auch das Was man am dringendsten braucht Ey Hier ist die Das ist die große Festung Hier die innere Festung Wenn man so will Na hier war ich schon Ja hier waren wir ja schon Ja Geil Richtig geil Das hätte mir jetzt noch gefehlt Wenn wir noch in der Lava gestorben wären Und wieder alles weg gewesen Okay Die hat mir jetzt noch gefehlt Ey Was haben wir hier Na hier ist ein bisschen düster Ja hier ist die innere Festung Ja hier irgendwo Ja ich glaube hier Aber ich glaube wir werden erstmal Dann komme ich hier irgendwie wieder raus Ja hier Wir werden erstmal nochmal zum Lagerplatz gehen Und ein bisschen Dings holen Ein bisschen Ja hier Ja hier Das war der letzte Hier Glaube ich Oder Nee Aber hier irgendwo in der Nähe war Der letzte Den ich gemacht habe Ja hier ist ein Stück Miene Oder hier war noch ein Totenkopf Die war auch noch mit Naja Schade eigentlich Bisschen enttäuschend Aber naja Das heißt ich muss wohl noch Eine Agent City Aufsuchen Und Das Ganze nochmal machen Alles umsonst Die ganze Arbeit umsonst Naja Was wollen wir machen Man kann nicht immer Glück haben Ähm Ähm Mal hier Hier ist alles doofig Man sieht so Man sieht immer nichts Den hatten wir schon Hier waren wir ja zu Anfang gleich Ja hier bin ich auch Ein, zweimal gestorben Ja hier waren schon Ja hier waren auch mehrere So versteckt Die man nicht gleich Auf Anhieb sehen konnte Und das Problem war Dass er hier ziemlich nah An meinem Lagerplatz Und dass mich der Worn Bisschen an meinen Lagerplatz Verfolgt hat Um den wieder los War gar nicht so einfach Er hat halt da gewartet Bis ich wiedergekommen bin Und Scheiße Schade Hier sind Bretter Aber wir machen erstmal Wir packen erstmal Das noch weg Warten wir noch Ja wir haben jetzt Katze Die anderen Seite Die anderen Seite Aber wir haben Zumindest die neuen Dinger Die wir für die Platte brauchen Und wir haben genug Für den Kompass Für den Todeskompass So und dann können wir noch Hier ein bisschen Dings drin machen Da kann man die stecken Ja Dann machen wir hier noch Hier können die Bücher Dann noch das andere Buch Ich wollte ja die Cola nicht so toll sagen Um mir ein paar Fackeln zu machen So Ja warum Ich weiß nicht Ob das gewöhnlich ist Dass da so viel So viel So viel So viel Kohle drin ist Ja ganz fertig sind wir nicht Eins möchte ich euch noch zeigen Aber das ist schade Also das finde ich Ist wirklich Ich dachte Dass das eine sehr selten ist Dass man das vielleicht nicht Sofort findet Das habe ich ja schon Mir gedacht So Aber Dass tatsächlich Wir nicht mal das eine finden Ja genau Hier sind wir richtig Und zwar erstmal Hier sind noch ein paar Schrieker hier Sensoren noch drin Oder Ja genau Die machen hier Die Fackeln an Da oben ist Wasser drin Und da Sind dann die Joiner drin Ja Und hier haben wir auch noch Eine Kiste Aber hier ist immer Dasselbe drin In der Kiste Nämlich ein goldener Apfel Ich werde euch auch zeigen Was wir den brauchen Aber sind alles Plates Damit man hier keine Fackeln setzen kann Hier Und zwar Ja Hier sollten wir richtig sein Oder auch nicht Okay Diesmal hat es nicht funktioniert Warum hat es nicht funktioniert Ja hier können wir einen Lektor mitnehmen Ein paar Lampen Ist hier ein Enderman? Äh Irgendwas funktioniert hier nicht Also im Grund Das sollte Ja eigentlich möchte ich die Äpfel Ja verschwenden Eigentlich wenn man Apfel isst Solltet Ja okay Jetzt hat es funktioniert Okay Der hat mich aus irgendeinem Grund Da hinten nicht gehört Scheinbar Okay Okay es gibt sogar Ist hier irgendwo ein Enderman? Der macht sich wahrscheinlich dauerhaft an Okay Ja Ich frage mich ob ich das alles mitnehmen sollte Warum eigentlich auch nicht Aber ich habe jetzt vergessen Die Ja das ist halt die Schaltung Die sie hier gebaut haben Ist da drin Eine Schaufel Und ein Tiefeschieber Damit haben sie den gemessen Wie stark das Signal ist Das ist halt nur beim Essen geht Wir haben jetzt Widerstand Feuerwiderstand Absorption Das kriegt man halt durch den Apfel Äh Ich frage mich ob ich das alles mitnehmen soll Warum eigentlich nicht Aber Ja hier sind auch nochmal so ein paar Schaltdinger Erklärt Ja hier ist ein Streiter Ja ein paar Fenster könnte man sich hier noch mitnehmen Ein Teppich Ja hier sieht man halt das Ein Redstone Verstärker und zum Beispiel Wolle leitet das Signal durch aber Glas halt nicht Also Ja weiß ich nicht Soll ich das mitnehmen Ach die kann ich immer noch mal irgendwann holen Ich habe jetzt nicht alles ab hier Ja hier ist die Schaltung die das halt öffnet Ja eigentlich sollte nur funktionieren wenn man draußen Auch ist auch irgendwann hat es wohl nicht funktioniert Vielleicht nicht dicht genug dran war oder so Oh hier ist auch nochmal Wolle durch Vielleicht hat die Wolle das Block geblockt oder so Achso da liegt die Leitung wieder drüben drauf Okay Manchmal passiert auch das hier überall rundherum Wolle ist also nicht geht aber hier ist ja keine Wolle drumherum Also Keine Ahnung was hier draußen nicht funktioniert hat Ja das ist also eigentlich alles was man hier Schade dass wir halt nicht Oh Oh komm schon Ich kann hier nicht platzieren was ist denn das Hä Das ist eigentlich schade dass wir nicht dort gefunden haben was ich eigentlich gesucht habe aber Nicht mal eine von beiden möglichen aber ich denke ich hab Oh 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 das ist schlecht das ist ganz schlecht da haben wir noch eine Chance haben wir noch aber da muss ich mal gucken wer da hinkommen Ähm Ähm Wo waren das jetzt Hier ne Da Mal gucken wir da hinkommen Weil hier sind Daneben sitzt auch gleich so ein Ding der den bevor er aktivieren wird Ähm Ich denke wir werden mal von der anderen Seite versuchen Hier hin zu kommen Aber ich komm mir denn hier wieder runter jetzt So Okay leise 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 Okay Komm ich da wo an ja Ha wir haben es geschafft Und Natürlich Aber nochmal flinke Schleichen sehr schön Und nochmal ein paar Bücher Na ja gut Okay Hier sind noch mehr Wo ist hier noch ein Wo ist der 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 Und der Und die Richtung zeigt Da Hier Schade, da hast du ja nicht mal einige vernommen, finde ich schon ein bisschen, ja wir sind hier so eine komische Altäre, da sind auch immer Kerzen und so. Ja alles sehr sehr dunkel hier in der Stadt. Wie gesagt, hier sind halt überall blaue Laternen, die hat nicht besonders, hier waren wir schon bei dem, nicht besonders viel Lichtspenden. Ja, wie gesagt, schade, schade, dass wir nicht das gefunden haben, was wir wollten. Aber naja, dann mache ich das Ganze noch mal in einer anderen Ancient City. Irgendwann vielleicht, wenn ich Bock habe, muss ich mal gucken. Ja, wieso das so ist, ich weiß das auch nicht, also das ist ganz komisch. Ich glaube, hier waren wir auch schon, hier war der, da waren wir auch schon. Ja, hier war der, da waren wir auch schon. Ja, Tja, schade eigentlich, aber das würde man machen, ne. Ja, das ist ja so ein Altar hier. Ja, dass ich das hier eigentlich übersehen habe, hätte nochmal gefährlich werden können, weil wenn ich jetzt den Worten aus Versehen gerufen hätte und gestorben wäre dabei. Aber wie gesagt, hier ist viel Tropfstein. Aber der nutzt uns leider natürlich nicht allzu viel. Aber hier mache ich auch, oder? Nein, hier waren wir noch nicht. Aber hier gibt es auch nicht, was wir wollen. Aber nochmal zwei Äpfel, immerhin. Kohle. Bücher. Und noch ein Name Tag. Okay, wir haben noch eine Truhe gefunden, aber auch die hat uns nicht gegeben, was wir wollten. Also das ist ja, hätte ich nie gedacht, ey, dass es tatsächlich eine Stadt geben könnte, wo nicht mal eins von beiden Möglichkeiten drin ist. Ich glaube, ich dachte, dass man eins wenigstens immer irgendwie kriegt oder so, aber ja, hier waren wir ja schon, ne, in der, ja. Aber naja, man kann sich ja täuschen, ne. Hier ist noch irgendwo ein Sensor, hier. Man kann sich ja täuschen. Ja, hier ist nur so ein Durchgang oder so, ne. Hier ist noch eine Schleiter. Hier ist nochmal eine Leiter. Ja, muss man halt aufpassen, hier sind überall Löcher in den Fußböden, aus welchen Gründen auch immer. Da ist noch Gold. Ja, die Böden haben wir ja ausgesucht. Ja, hier zum Beispiel, muss man aufpassen, hier sind sehr, sehr viele Löcher in den Fußböden auch immer. Ja, das ist bitter. Mann. Ich hasse diese Löcher in den Fußböden, ganz ehrlich. Ich habe schon so viele geflickt, ey. Und wenn dir das in einem falschen Moment passiert, dann kann dir ganz schnell den Hals brechen, ey. Ganz ehrlich mal, Freunde. Ja, hier ist so ein... Holzbohr nochmal. Na ja, das ist ja die Stelle hier, ne, mit dieser, mit diesem Durch, was auch immer das Ding. Da könnte man noch Redstone holen, aber Redstone brauche ich eigentlich nicht. Tja, schade ist das. Oh, noch ein Loch. Ach, so ein Löcher. Eigentlich ist das sehr schade, wenn ich das gefunden habe, was wir wollten, na ja. Was soll man machen, nicht wahr, Freunde? Also, wenn ich nicht mal eins gefunden habe, das ist schon echt lächerlich, finde ich. Also, noch ein anderes Kapitel. Ähm. Oh. Ja. Oh. Ah, wir sind jetzt wieder in der Festung, oder in dem inneren Bereich halt. Mir wurde ja auch viel spekuliert, ob das Tor mal zu einer anderen Dimension noch mal führen soll, irgendwann oder so. Aber bis jetzt ist da weder was bestätigt noch sonst irgendwas. Ich glaube, es gibt eine Mod tatsächlich schon, wo das Tor zu einer anderen Dimension führt. Was sind die Säulen? Naja, Freunde, was soll's. Ich kann's nicht ändern. Schade, wir haben leider nicht gefunden, was wir suchen, aber... Vielleicht ist auch wieder diese... Ach so, das ist hier diese andere Raum, die haben wir ja kontrolliert. Ja, wir haben einige interessante Sachen gefunden, ja, aber leider nicht das, was wir suchen. Schade. Aber das will man machen, ne. Ich denke, wir sollten jetzt auch alles, glaube ich, untersucht haben, also... Ja, aber hier hat halt alles angefangen, hier bin ich halt runtergekommen und ein paar Mal auch gestorben und alles. Aber ich bild mir einen, irgendwo hatte ich hier irgendeinen kleinen Gang irgendwo gegeben, aber kann sein, dass ich ihn wieder zugemacht hab, oder so. Wo ich versucht hab, uns zu verstecken was natürlich nicht möglich ist, aber... Ja, wie gesagt, hier ist nochmal eine Geode, die könnte man noch ausplündern, aber... Und den hier oben haben wir ja auch... Ja, toll. Toll. Ich lebe! Ich lebe! Ich hab mir einfach was nicht bei. Ähm... Ähm... Ich hatte das... So... Tja, ist leider schade, also... Ich hätte gedacht, dass ich wenigstens eine finde, wenigstens die Wachrüstung, die ja nicht ganz so selten ist, aber... Nicht mal die ist mir vergönnt, also... Hm... Machst du nix, ne? Machst du nix! Ja, das... Ja, das ist immer noch Ritston, aber dann müssen wir jetzt nicht alles abbauen. Schade eigentlich, aber naja... Schade, schade, schade. Na gut, das werde ich irgendwann... Aber nächstes Mal werde ich das alleine machen. Ich hab das jetzt einmal gesehen, was man alles so finden kann. So, noch hier... Hier noch irgendwas drüber brauchen. Ja, das holzen wir mal mit. Ähm... So, hier die Äpfel. Ähm... Das hier... Hier noch das Buch... Ja, aber hier haben wir ein paar Bücher, wir haben... Wir haben schon zwei relativ wichtige Sachen, ja... So, ja, der Rest bleibt hier. Und ich denk mal, wie lang ist der Part überhaupt? Oh, der schmiert zu lang. Ähm... Dann machen wir das beim nächsten Mal. Und dann zeig ich euch das beim nächsten Mal, was dabei rauskommt. Also... Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh... Hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mal sehen, was wir denn machen. Ich weiß noch nicht. Ich glaub, ich mach nicht nochmal eine City. Weil eine reicht. Das mach ich dann offscreen. Ja, mal gucken. Vielleicht baue ich ja nochmal irgendwas oder so. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal und schauen. Bis zum nächsten Mal.